Guten Morgen, ich bin's, Steffen Lukas. Sie sehen schon, eigentlich hätte ich es total nötig, ein Haarwuchsmittel, weil wenn ich mich hinknie, dann kommt das Knie schon durch. Und jetzt schaut euch mal Uli an. Der braucht doch nur wirklich noch kein Haarwuchsmittel, oder? Guck mal, guck mal, das leuchtet durch. Und hier, das ist riesig. Das ist doch, oh Gott. Riesige Geheimratsecken, deshalb, man glaubt es nicht, Uli hat sich Haarwuchsmittel schicken lassen. So, das sind Ampullen, und die muss ich dann einzeln nehmen, aufknacken, mir einmassieren, das muss eintrocknen, acht Stunden wirken. Und das sieht doch spacig aus, oder? Ich hoffe, es hilft. Sieht ein bisschen so aus, als würde Uli jetzt unter die Fahrradfahrer gehen und sich ordentlich dopen, aber es handelt sich wirklich um Haarwuchsmittel. Uli, viel Spaß. Du bist doch nur neidisch. Es stimmt.